Moin Leute, willkommen bei Nature Diary. Ihr wisst ja, bei mir ist das normal. Auf jeden Fall, wir wurden von einem bekannten YouTuber, von uns bekannten YouTuber nominiert und zwar von dem Joey. Auf jeden Fall, der Kanal ist für mich zu schwierig, den wird euch Erik jetzt mal kurz sagen. Genau und zwar ist das der Kanal GM Knives Do It Yourself Mods EDC. Und dafür wollten wir auf jeden Fall schon mal ein riesengroßes Dankeschön herausgeben und jetzt kommen auf jeden Fall unsere drei, die wir nominieren wollen. Genau und zwar ist das ein Untertausend Abonnenten Challenge. Da wir ein Kanal sind, der noch unter 1000 Abonnenten hat, sollen wir euch jetzt auch mal drei Kanäle vorstellen, die unter 1000 Abonnenten haben, die somit auch nominiert sind. Uns drei oder den anderen oder ihrer Community drei Kanäle vorzustellen, die unter 1000 Abonnenten haben. Ich wollte auch noch mal Danke sagen an Joey. Joey begleitet uns schon von Beginn an quasi und gibt uns schon echt sehr viele hilfreiche Tipps. Danke dafür. Gut und dann kommen wir mal zu unseren drei Kanälen, die wir vorstellen. Also ich bin ja selbst auch noch Musiker und die Kanäle, die wir vorstellen, sind drei Musikkanäle oder Kunstkanäle auch, kann man so sagen. Der erste Kanal wäre Varus, Varus offiziell. Das ist eine Band aus Bamberg. Die machen echt geilen, epischen Metal. Es lohnt sich da rein zu hören. Verlinkung ist ja unten drin und die haben ihr Album erst vor kurzem veröffentlicht. Das Album ist auch auf Spotify zu finden. Hört es euch an. Es lohnt sich. Das ist wahnsinnig geil. Der zweite Kanal ist Nick Matthies. Das ist ein alter Kumpel von mir, der auch mal hier in dem Ort gelebt hat. Den Typen habe ich auch im Wald kennengelernt. Grüße ihn raus, Nick. Er macht viel Black Metal, macht geile Gitarren Riffs auf seinem Kanal und auch geile Videos, Kunst, viel Black und Dark. Also schaut euch rein. Es ist echt sehr faszinierend, was er an Kunst bietet. Sehr genial. Und der dritte Kanal ist von meiner Band. Oder was heißt meine Band? In der Band spiele ich erst seit ungefähr anderthalb Jahren. Das sind die Celtics. Der Kanal heißt Celtics 1993. Werde ich auch unten verlinken. Alle drei Kanäle werden unten verlinkt. Und ja, es macht echt sehr viel Spaß mit diesem Haufen unterwegs zu sein. Es macht immer wieder gute Laune. Und Konzerte könnt ihr auf der Homepage finden. Die verlinke ich dann auch nochmal unten. Also Konzerttermine. Momentan ja durch Corona leider nicht so viele. Aber bestimmt, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, geht es wieder richtig los. Und dann schaut mal auf ein Konzert von uns vorbei. Es lohnt sich. Definitiv kann ich bezeugen. Ich war schon dreimal da. Und was ihr nicht vergessen solltet, ist diese drei Kanäle auch zu abonnieren. Und auch mal bei Joey vorbeizuschauen. Den auch zu abonnieren. Und auch mal seine Challenges angucken, die er hatte. Und auch die Kanäle, die er getaggt hatte. Schaut euch die Kanäle an. Abonniert sie. Denn sie haben es alle verdient. Gut. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ne. Gut. Ganz nicht. Dann waren das unsere Nominierungen. Wir würden uns freuen, wenn von diesen drei Kanälen natürlich auch ein Video kommen würde. Wenn ich auch nicht so schlimm fühle, euch nicht gezwungen dadurch. Okay. Also dann. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.